Hallo ihr Lieben, ich habe heute was Neues vor, beziehungsweise ich habe es natürlich für euch ausprobiert. Ich glaube viele haben so mitbekommen, dass ganz viel gerade so dieses ich fehle mir die Armbänder selber und ich fand das Tatsache sehr spannend. Und das Einzige, was ich halt selbst gar nicht so schön finde, ist dieses bunte, sage ich jetzt mal, also dieses normalbunte, ich hoffe ihr wisst ungefähr was ich meine, diese bunten Perlen letztendlich. Ich habe zwar jetzt auch bunte genutzt, also ich habe zwei Armbänder gemacht, bei dem einen habe ich, muss ich fairerweise sagen, ich habe leider nicht so richtig drauf geachtet, dass ihr auch alles seht. Deswegen habe ich es jetzt nochmal gemacht, nehme ich ein zweites Armband, beziehungsweise das kann man auch gut als Fußkettchen nutzen und habe für mich alles mögliche an Startmaterial irgendwie gekauft. Das ist einmal eben so ein bisschen die Verschlüsse, das Ganze, was man dann eben braucht, um das Ganze zu einem Armband zu machen. Und das war jetzt an sich nicht schlecht, es macht sich halt nicht ganz so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist machbar. Ich hätte es mir aber eben, wie gesagt, leichter vorgestellt. Es ist halt eine schonene Fummelarbeit. Und dann habe ich unterschiedliche Perlen. Ich bin selber ja ein Silberträger und habe mir aber unterschiedliche Goldtöne auch geholt, weil ich es natürlich auch manchmal ganz schön finde, wenn man so kleine Farbakzente drin hat. Die sind unterschiedlich, mal mit viereckig, mal eine Murmel, was weiß ich alles, sind ganz viele unterschiedliche Formen. Und das war für mich so ein Stück weit wichtig, dass man da einfach so ein bisschen Auswahl hat. Ich habe auch ein paar von diesen bunten, wie ihr da seht, die für mich jetzt aber nicht so eine Priorität jetzt hatten. Ich habe mir bei dem Armband, wo ich euch leider nicht so richtig mitgenommen habe, habe ich auch ganz zarte Transparente mitgenommen. Und genau, also ihr seht das Ergebnis von beiden Armbändern noch. Wie gesagt, das eine ist jetzt mehr ein Fußkettchen, weil mir das irgendwie ein bisschen zu lang geworden ist. Ich glaube, dafür müsste ich mir nochmal so ein, wie sagt man das, so ein, so ein, so ein, wie sagt man dazu, Hilfe, wo man die Perlen schon mal vorlegen kann, damit man halt sieht, wie lang ungefähr das Ganze wird. Ich habe es jetzt alles so ein bisschen oldschool gemacht. Wie gesagt, war alles relativ lang jetzt von dem anderen. Das sieht jetzt eher wie ein Fußkettchen aus, was aber auch trotzdem wunderschön ist. Und habe mich da auch bewusst dafür entschieden, das Ganze mit Silber, Roségold und Gold nochmal zu machen und finde das Ergebnis wirklich auch schön geworden. Es ist alles nicht ganz so einfach, sage ich fairerweise dazu. Das liegt aber auch, zumindest für mich war es nicht einfach, weil ich sehr mit den Händen, mit der Kraft, mit dem, ich habe manchmal so ein Tattrich in den Händen. Und dementsprechend war das nicht ganz so einfach, aber ich auch, ich habe es jetzt hinbekommen. Wie gesagt, da braucht man einen Moment Geduld. Ich habe es für mich jetzt auch wieder so gemacht, dass ich mir halt eben ein Hörbuch angemacht habe, damit ich einfach zur Noten ein bisschen runterfahren kann. Es gab natürlich auch gerade bei dem ersten Armband für mich einfach auch Momente, wo ich dachte, so eine Grütze. Und, ähm, aber letztendlich fand ich das trotzdem irgendwo ganz schön, irgendwo, man kann sich da so ein bisschen austoben. Man kann, was relativ einfach in dem Sinne jetzt einfach auch ist, man muss nicht groß was können, außer eben halt das Ganze irgendwie auffädeln. Ich habe von den, ähm, Garn oder wie man das schimpft, äh, von dem Faden, habe ich mir solche, ähm, elastischen Bänder geholt, weil ich für mich einfach so ein bisschen das Gefühl hatte, ich brauche das, damit das halt so ein bisschen auch dehnenbar ist. Gerade, wenn man doch irgendwie vielleicht einen Moment kurz irgendwo blöd hängen bleibt oder man will es sich über das Handgelenk zum Beispiel schieben, äh, dann macht das schon Sinn. Und hat, war jetzt auch wirklich gut, dass das so funktioniert hat und, wie gesagt, ich mag die Ergebnisse sehr und wollte euch das einfach auch gerne mal zeigen, wie das halt, äh, funktioniert, was es so gibt. Äh, euch einfach auch meine Erfahrungen zeigen. Ich probiere ja, wie gesagt, immer ganz gerne mal aus und freue mich dann, wenn es funktioniert oder wenn es halt nicht funktioniert. Und ich werde es auf jeden Fall öfter machen. Ich, äh, mag es, vielleicht mache ich auch nochmal eine Kette, weil jetzt ist es ja schon ein Armband, jetzt ist es auch ein, äh, Fußkettchen geworden letztendlich. Mir sind die Verschlüsse ein bisschen merkwürdig, ähm, ich, wie soll man sagen, äh, man bekommt sie nicht so zu, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber war dann hält bei dem ersten Armband, was ich gemacht habe, was ich euch zum Schluss das Ergebnis noch zeige, habe ich, äh, so ein bisschen, dann hatte ich es mal mit, äh, beim Schlafen mit an und, äh, da ist mir das eine ein bisschen raus, äh, gerutscht, aber letztendlich war das dann trotzdem wieder reparierbar. Also, aber wie gesagt, man sollte aufpassen, man sollte es auch, wie gesagt, nicht beim Schlafen mitnutzen, man sollte es dann vielleicht dann doch lieber abmachen und hoffen, dass, äh, das nicht ganz so schnell kaputt geht. Vielleicht lag es auch einfach an mir, ich schlafe ja immer sehr unruhig und, äh, bin da immer nicht ganz so die leichteste Schläferin, sage ich jetzt mal. Ja, ansonsten, während ihr mir da so ein bisschen zuguckt, äh, dachte ich mir, erzähle ich einfach auch mal wieder ein bisschen was, ähm, ich habe so ein bisschen mich jetzt nochmal umgeschaut, habe so ein bisschen geschaut, was gibt es denn so für Bastelsachen, bleibt natürlich ganz viel auch bei den Sachen hängen, die ich schon kenne, habe jetzt aber auch ein, zwei Sachen, ähm, auch schon, eins habe ich schon gemacht und das seht ihr wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche, je nachdem, wie ich mich jetzt entscheide. Äh, eins werde ich morgen in Angriff nehmen, nehme ich einfach, weil ich das mit den Trockenblumen endlich machen möchte. Äh, ich weiß, dass da so großer Bedarf, Bedarf, ja, Bedarf besteht, ich sehe das ja an den Statistiken, äh, das mit den Trockenblumen, das wird so gerne geschaut, das Video. Ich danke euch da auf jeden Fall und, ähm, freue mich, dass das so gut ankam. Ich werde, äh, auf jeden Fall öfter machen, weil ich das ein wunderschönes Material finde mit diesem, äh, mit diesem Gel oder, äh, Granulat, womit man die Blumen so schön trocknen kann und dadurch möchte ich euch dann natürlich auch immer wieder noch neue Sachen zeigen. Ich muss dazu sagen, dass ich mich natürlich noch, äh, schlau machen muss, was kann man zum Beispiel noch außer Rosen zum Beispiel, ähm, trocknen. Rosen, Rosen finde ich funktionieren super, also freue ich mich mega drauf, da einfach auch mehr mitzumachen. Ich möchte es auch wieder mehr mit, äh, Epoxid-Hart dann eingießen. Ich habe noch im Hinterkopf das Ganze mit dem Trockenblumen, ähm, was ich in einem Kommentar mit drinne hatte. Da habe ich jetzt eine Idee, ich hoffe, das funktioniert auch so. Also drückt mir einfach mal die Daumen und, genau, ansonsten habe ich tatsache ein paar Techniken einfach auch ausprobiert. Ähm, ich werde da bestimmt auch noch mehr. Ich habe ein paar Sachen, die ich mir schon, äh, notiert habe, die ich gerne machen möchte. Habe einfach auch jetzt meinen zweiten Vlog ja schon hochgeladen. Ich war mit meiner Freundin in Senftmerk und in diesem Wellnesshotel war mega schön und, äh, es ist jetzt kein ganz ausführlicher, also ich habe jetzt nicht immer wieder in die Kamera gesprochen, sondern wirklich ganz viel von meinen Eindrücken, die ich aufgenommen habe. Und, aber auch da möchte ich mich natürlich immer wieder nochmal ausprobieren, gucken, ob es funktioniert, wie funktioniert es vielleicht noch schöner, was kann man noch machen. Ähm, Vlogs sind ja so vielfältig, was man da auch machen kann. Und, äh, ja, dementsprechend hoffe ich, dass ihr euch das zumindest schon mal angeschaut habt. Und, genau, ansonsten, ich gehe ja auch immer wieder gerne abends weg. Das seht ihr ja auf meinem Kanal auch immer. Gerade sonntags lade ich halt, äh, die Bastelvideos ja hoch gegen 12 und, äh, gegen 16 Uhr in der Regel ein Musikvideo. Also Musikvideos sind ganz unterschiedlich, ähm, mal sind es noch ältere Aufnahmen, wo ich halt die Lieder nach und nach einzeln hochlade. Dann gibt's, ähm, Videos, wenn ich gerade zum Beispiel an dem Abend oder zwei Abende vorher weg gewesen bin, dann, äh, wird das hochgeladen. Ähm, ich freue mich immer sehr, ähm, dass die Band sich so sehr freuen, dass ich halt auch da bin, ähm, ich halt explizit eben auch eingeladen werde. Oder eben darauf hingewiesen wird, wie sieht's denn aus, magst du nicht kommen und, äh, oder eben halt auch, magst du nicht deine Kamera mitbringen. Und, äh, ich freue mich darüber sehr und das mache ich total gerne und, ähm, ja, dementsprechend ist das so ein bisschen mein aktuelles Freizeitvergnügen. Ähm, ähm, ich werde, glaube ich, auch wieder zum Gesangsunterricht meine Kamera mitnehmen. Es wird, glaube ich, erst im August jetzt irgendwann sein. Und, ähm, ich werde zum Keyboardunterricht, glaube ich, nicht, ähm, das macht sich da, glaube ich, nicht so gut, aber vielleicht, äh, ich werde den Keyboardlehrer mal fragen, ob er was dagegen hat, wenn ich es machen würde. Und, ähm, ich bin ja kein großes Talent, weder beim Singen noch beim Keyboard, aber ich lieb's. Und, äh, wer irgendwie selber mal so Träume hat oder was ausprobieren möchte, macht's, macht's einfach. Äh, es ist so wichtig, einfach mal auszuprobieren. Und, ähm, ja, hab so vieles für mich mittlerweile einfach für mich auch, äh, verinnerlicht, dass ich da einfach ganz viel jetzt dazu gelernt habe für mich, ähm, auch so aus Erfahrungen, dass man sich nicht alles gefallen lässt. Und das werde ich tatsache auch so durchsetzen, ähm, keine Ahnung, ob diejenigen Personen oder Personen dieses Video sehen, aber, ja, ihr seid gemeint. Und, ähm, dementsprechend, ich werde damit dann im Zweifel auch, je nachdem, wie es sich anbietet, natürlich auch, wenn ich mich durchsetze, auch, ähm, damit an die Öffentlichkeit gehen. Ich werde's öffentlich machen, was Menschen tun, ähm, und ich werde mich natürlich da rechtlich absichern, was ich sagen darf und was nicht. Und dementsprechend schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin nicht auf Krawall gebürstet, hab aber für mich entschieden. Ich habe ganz viel geschluckt in den letzten paar Jahren, seitdem da ein bisschen Knatsch ist. Und das werde ich jetzt so nicht mehr tun. Und, ja, dementsprechend freue ich mich natürlich, dass mein Kanal so wächst und, ähm, dass wir über 600 Abonnenten sind. Vielen lieben Dank und auch gerne, äh, abonnieren, Daumen nach oben, Kommentar. Ich wurde letztens gefragt, äh, was für mich ein Abo bedeutet oder was mir das bringt, ähm, ich hab da natürlich auch drauf geantwortet, weil das für mich, ähm, nicht selbstverständlich ist, wenn die Leute meinen Kanal abonnieren. Und für mich ist es halt ein bisschen auch, ich werde gesehen, ähm, natürlich macht's den Algorithmus beim YouTube auch ein bisschen besser. Meine Videos werden gesehen. Ich freue mich aber auch einfach über Daumen nach oben, dass da einfach so ein paar, äh, Reaktionen auch kommen und ich einfach nicht nur die Sachen für mich mache, sondern sich eben auch Leute drüber freuen, wenn ich, äh, da so ein bisschen meine Werke zeige. Ich habe ja ein paar Sachen, habe ich zum Beispiel auch bei Aufarbeit mittlerweile stehen, es waren ein paar Leinwände. Ich werde da auch ein paar Sachen noch, ein, zwei, drei Sachen hinstellen. Ich möchte natürlich Arbeit nicht komplett zumüllen, das logischerweise nicht, aber ich finde die drei Sachen, die ich da jetzt hinstellen möchte, glaube ich, die sind's auch wert, dass auch andere das sehen und dementsprechend werde ich das natürlich, äh, dann eben da auch hinstellen. Und, äh, dann, wie gesagt, die anderen, äh, ich hatte so kleine Acrylic-Puring-Leinwände, die sind auf Arbeit und die wurden gesehen, die wurden bewundert und, äh, freue mich da einfach auch drauf. Und, äh, genau, ansonsten, ähm, falls ihr Fragen habt, falls ihr Ideen habt, was ich für euch gerne ausprobieren soll, ob auch Grobmotoriker wie ich, äh, das schafft, ähm, sagt mir da gerne Bescheid, schreibt mir in die Kommentare und, äh, gebt mir da einfach ein Feedback zu. Dann mache ich das selbstverständlich in meinem möglichen Rahmen und, ja. Ja, hier seht ihr, ich bin jetzt fast fertig mit diesem Armband und da habe ich schon festgestellt, es ist ganz schön groß geworden, aber ich wollte es zumindest auch zeigen. Ähm, wie gesagt, hier habe ich auch so ein bisschen mit dem Verschluss, ähm, gekämpft. Es ist nicht so einfach, wie ich es eben halt immer dachte, aber ihr seht schon, ich finde die Perlen wunderschön. Die Glitzer, die sind, äh, einfach auch so ein bisschen für, nicht für, nicht nur für Kinder gedacht, sondern einfach auch für Erwachsene. Das können Erwachsene sehr gut tragen. Ich trage es auch, also dadurch, äh, ich trage wirklich meine Sachen dann eben auch. Werd mir bestimmt auch noch ein, zwei, drei dazu machen und, äh, dementsprechend probiert euch da durch. Aber ich gucke es einfach mal, ich habe meine Perlen jetzt hauptsächlich beim großen A wieder gekauft, weil es ist für mich einfach, ich wüsste nicht, wo ich sonst schauen soll, mir so eine Sachen zu kaufen, ne. Erstens sind sie preislich in der Regel ganz gut, äh, ich habe, ähm, eine große Auswahl. Natürlich kann man auch zu Teddy gehen, zu Action und, ähm, würde ich wahrscheinlich auch machen, jetzt, wenn ich irgendwie explizit noch was suchen würde, weil ich weiß, die haben auch eine schöne Auswahl. Aber es ist halt Tatsache, ähm, einfach wenn man anfangen will, es gibt einfach bestimmte Sachen nicht unbedingt im normalen Laden. Mein großer Bastelladen, den ich mal vor einer Weile hatte, äh, der ist leider nicht mehr da. Ich müsste jetzt also ein Stück weiter fahren, äh, und Berlin ist groß. Wer das weiß, äh, der weiß da einfach, dass das, äh, manchmal auch Strecken sind, durch Berlin komplett durchzufahren, kann manchmal ganz lange dauern. Und ich wohne nun mal am Rand von Berlin und freue mich da einfach auch, dass ich hier mehr oder weniger meine Ruhe habe. Ich bin ja nicht so der Mensch für viele Menschen und dementsprechend, ähm, ist das für mich relativ entspannt. Ja, hier seht ihr auf jeden Fall schon mal das eine Armband. Ihr seht auch, dass das, äh, relativ lang ist. Ich zeige euch, wie gesagt, gleich noch das andere Band, was ich gemacht habe. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es diesmal nur so ein bisschen zugucken war, ähm, und ich einfach ganz viel gelabert habe. Ähm, aber falls ihr zum Beispiel auch was von mir wissen wollt, was ihr gerne aus meinem Privatleben gerne mal sehen wollt, dann sagt auch da gerne Bescheid. Ja, hier ist auf jeden Fall schon das zweite Bändchen. Ich habe es auch noch mal als Bild jetzt ganz hinten dran, damit ihr es da auch noch mal in Ruhe schauen könnt. Und, aber wie gesagt, hier habe ich auch noch mein Kaktusarmband bei. Und, ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Und bis bald. Tschüss.